Stefan Deska ist ein deutscher Fußballspieler, der derzeit bei der SPVGG Gräuter Fürth unter Vertrag steht und aktuell an den FC Twente in Schöde verliehen ist. Karriere Er begann bereits im Alter von vier Jahren beim TUS Willen mit dem Fußballspielen und war anschließend drei Jahre in der Jugendabteilung des FC Schalke 04 aktiv. 2005 zog es ihn dann in den Nachwuchs vom FC Twente. Hierdurch lief der Abwehrspieler die weiteren Jugendmannschaften und gehörte in der Saison 2010 Elftel zum Kader der zweiten Mannschaft Young FC Twente. Die Entschöder meldeten ihn in dieser Saison bei der UEFA als Verteidiger mit der Rückennummer 40 auf der B-Liste für ihren Champions League-Kader. Bis zur Winterpause 2010 Elftel kam er jedoch weder in der Champions League noch in der Eredivisie zum Einsatz. Um in der Rückrunde mehr Spielpraxis zu sammeln, wurde er im Januar 2011 an Fortuna Sitter-Daus geliehen. Sein Debüt in der ersten Divisi gab er am 21. Januar 2011. Bei der 0-3-Niederlage des Teams von Trainer W.I.M. Düsseldorf beim FC Dortrecht wurde er. In der 54. Minute, als die Fortuna nach einem Platzverweis bereits in Unterzahl spielte, für den belgischen Stürmer Fabio Caraxiolo eingewechselt. In Sittert wurde er meist als Innenverteidiger eingesetzt. Zur Saison 2011-12 kehrte Deska zum FC Twente zurück, bei dem er erneut dem Kader des von Patrick Kluwer-Wörtt trainierten Jan FC Twente angehörte. In der Winterpause 2011-12 erhielt er Angebote anderer niederländischer Erstligisten, er wollte allerdings zu einem deutschen Klub. Hierbei waren die TSG 1899 Hoffenheim und Energie Cottbus an ihm interessiert. Am Ende ging Deska zu den Hoffenheimern. Nachdem Deska knapp eineinhalb Spielzeiten in der zweiten Mannschaft Spielpraxis gesammelt hatte, gab er am 27. April 2013 sein Bundesliga-Debüt. Zur Saison 2014-15 wechselte Deska gemeinsam mit seinem Teamkollegen Kenan Karaman zu Hannover 96. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018. Nach einem halben Jahr mit lediglich zwei Einsätzen wechselte er am 5. Januar 2015 zum Zweitligisten SPVGG Greuther Fürth. Ende 2015 beschimpfte Deska nach einem Rauswurf aus einer Nürnberger Diskothek, deren Türsteher mehrmals und machte sich über dessen Gehalt lustig. Publik wurde dieser Vorfall durch einen 1. FC Nürnberg-Fan, der davon ein Video aufnahm und es auf Facebook hochhut. Vereinspräsident Helmut Haag meldete sich zu diesem Vorfall zu Wort und sprach von Konsequenzen. Im Januar 2016 kehrte er leihweise bis Saisonende nach Enschede zurück.